Hallo Leute, Willkommen zur nächsten Folge von Rocket League und natürlich wieder mal zusammen mit, wer hat es gedacht, dem Flo. Hi. Hi. Also das ist der Loll. Loll. Ich habe übrigens eine... Nein, nein! Ich habe eine andere Lackierung, also dieselbe Farbe, aber ein anderes... Jetzt weiß ich, warum ich das Auto nie benutze. Ein anderes Ding, wie nennt man das? Ja. Also es ist dieselbe Farbe, aber ein anderes Ding, ihr wisst Bescheid, das sieht man ein bisschen besser. Das. Er war einfach eine Sekunde vor mir da. Jetzt! Oh Mann! Kommt voller, gell? Du bist nicht da, aber da trifft ihn von den anderen keiner, dachte ich, und dann kommt der. Ja, der Flo hat übrigens jetzt sich einen Hund geholt, der hat einen kleinen süßen Hund, also nicht wundern, der schläft gerade bei ihm, also wenn er jetzt nicht so rumschreit wie immer, das ist halt so. Oder wenn auf einmal irgendwie ein Hund anfängt zu jaulen oder zu bellen, wenn ich es nicht rausschneide, dann wisst ihr, das ist dem Flo sein Hund, der hat sich einen neuen Hund geholt. Ja. Nice, ne? Ja. Alle Hashtag Cute in die Kommentare. Oder wer nicht weiß, was cute heißt, dann Hashtag süß. Ja, manche können nicht so englisch wie ich. Ja, man. Nice ist so, Alter. Dein Auto ist zwar echt komisch, ich seh's gar so richtig, aber... Das ist scheiße Kün. Aber schon. Du hast ja direkt ein Tor gemacht, ne 1-0-Lol. Was ist das, was sind die eigentlich Semiprofien? Der andere ist gar nischt. Nischt, ey. Aber der ist gar nicht so schlecht, der gar nischt. Glaubt, der ist irgendwie so... Profi oder sowas. Wetter gar nicht, weil... Ja, gar nischt. Gar nischt. Gar nischt. Neu. 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 Junge, die sich umgekehrt werden, Alter. Scheiße, zu müssen aufpassen. Ah, der Adina war... Obam, Mike. Der hat in die Mitte gebracht und der andere war nicht da. Sein Team-Mate ist nicht geil. Ach, komm! Das denkst du dir gerade auch so, ne? Dein Team-Mate ist nicht geil. Ja. Ja, jetzt ging man ein Tor. Nein. So. Ey, Michi. Jetzt flamen der mich schon wieder, ne? Ich meine, es war kacke von mir, aber... ...da konnte ich jetzt nicht mehr viel retten, ne? Weil ich war halt 10 Kilometer weit weg. Ja, gut. Komm, jetzt alle. Jetzt zerstören wir die richtig Halt. Uuuuh! 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 Ich muss meinen Sound mal lauter machen, ey. Uuuuh! 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 Ich dachte zwar, dass jemand den kriegt, aber der andere ist zum Nitto gefahren. Ja. Der eine schreibt, gibt's nicht. Gibt's nicht! Gibt's nicht! Ey, gäbe doch nicht. Uuuuh! Uuuuh! Der ist vorbei. Das war anders. Komm, jetzt aber. Uuuuh! Nein, ich habe ihn nicht gesehen. Ich konnte ihn nicht sehen, aber das war scheiße jetzt. Schade, meine ich. Ey, ich, ich... Egal, wie du zum Ball irgendwie hinfährst, der kann nur ein... ...mikrometer oben sein und ich fahr unter ihm durch. Uuuuh! Das ist so schlimm. Alter, da habe ich mal fast lieber ein Eigentor gemacht. Ja, aber ich verstehe es. Also, das kenne ich. Zu dünne Autos sind scheiße. Ne, der geht nicht. Oh, oh! Komm, jetzt aber. Ey, Hilfe, was? Ich drück voll ab. Du musst dir in der anderen, in der nächsten und in das andere Auto nehmen. Irgendeins ist scheißegal. Nein, nein. Ich habe ihn erstmal outplayed. Den nächsten auch. Ja! Danke! Thanks dafür. Auf jeden Fall nein. Ich wollte eigentlich den Ball klauen und selber im Tor fahren, aber ich habe irgendwie dich getroffen. Ja, und dadurch konnte ich jetzt keins machen und du hast auch keins gemacht! Oh! Oh! Jungen! Auch den hätte ich eigentlich abwehren können. Dann kommt einfach der Flo und macht so was. Äh, klappt doch alles. Ja, noch. Alles gut. Auflage, ja. Auflage, Vorlage. Was? 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 Ich wollte eigentlich sagen... Hör doch auf! Das piepsig. Komm, komm, komm! Ja! Ja! Buh! Der macht mir was selbst. Oh mein Gott! Der macht dir... Er so, komm, komm, komm! Mach mir was selbst rein! Guck mal, was das für eine Malkontrolle war, Alter! Ein Tier bin ich! Ein Tier bin ich! Mit den dünnen Autos hat man schon ein bisschen, bisschen bessere Malkontrolle. Aber es ist halt auch unpraktisch, finde ich. Für dich vielleicht. Obwohl du dich ja mit kleinen Dingen halt ausgänzen, ne? Spassi, Alter! Ah, Leute, die treffen mich alle nicht. Vorlage, komm! Ja! Nein! War ein bisschen zu langsam. Ja, ich war ein bisschen schnell oder das Ding war langsam? Ja, das war mir eins von beiden. Also ich war auf jeden Fall früher... Junge, er kickt mich. Nein, ich wollte ihn kicken! Nein, 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 nein! Ich leck mich doch am Boden! Sag, Alter, war alles knapp! Alter Schwede! Bin doch mal war für was gut, und ich bin aber nicht da! Ich glaube, der war so gut! Der war so gut! Komm, jetzt mache ich! Ja, jetzt bin ich auch so. Ja, ich war... Ich musste nun ja hinten ab werden, dann habe ich mich... erst mal berappeln müssen. Das war ein bisschen... Hallo, du hast ihn geblockt! Lass! No, jetzt... Er hat mich auch geplayt, man! Ja, easy! Also haben wir jetzt beide nicht ganz so perfekt gespielt, aber beide auch ziemlich gut, muss ich sagen. Das ist ja... Richtig, also ich finde das nicht schlecht, das lief tipptopp! Provenanfänger, easy! Oh Mann, Leute, nächste Runde! Provenanfänger hatte früher gerade schon gesagt, das ist... ist machbar nur, einigermaßen. Zack! Zapzadab, ich habe irgendwie das dumpfe Gefühl, dass sie bald liefen werden. Ich wollte es nicht sagen. Ich wollte eigentlich sagen, es wird eine schnelle Runde. Ja, nach neun Sekunden 1-0. Ja, der Rang sagt nichts, ne? Ja, das stimmt tatsächlich, ne? Also... Es sagt nie was, ne? Aber... Ja, genau. Jetzt muss man aufpassen. Junge, was machst du?! Du Rocketer, Alter! Guck ihn dir doch an! Ja, das Auto ist viel zu dünn. Ja, da blende ich was ein! Du musst dir eine andere nun... in der nächsten Monate das andere Auto nehmen. Irgendeins ist scheinbar. Nein, nein. Ja. Alles klar! Was hast du jetzt eingeblendet? Ja, wie du sagst, du willst es nicht ändern. Ja... Ja, da brauchst du ja nicht beschweren. Ich beschwör mich nicht, ich bin alles gut. Ich bin alles gut. Ich meine, wir wollten ihnen ja auch die Chance lassen. Eben dann... Jetzt denken die, ah, wir haben ja eine Chance, ne? Wir liefen nicht in Stand, ne? Aber eigentlich haben die keine Chance. Gott, war das traurig. Ich will fahren. Nein, 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 nein. Nein! Du bist... Du bist so weh... Ey, wenn der jetzt rein wäre, ne? Ich hätte dich umgemacht, ne? Hä, warum? Als dann dein Tor wäre. Ja, und? So übel unverdient. Alter, was mach ich jetzt? Oh, 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 oh. Hä, wohl, mach der den. Ist der dumm. Pibi, mach mal in die Wiese. Da fällt mir was ein, aber das kann ich jetzt nicht rausfahren. Oh mein Gott, Hilfe. Ach, Mann. Du erzählst es danach noch. Ja, ja. Aber... Vielleicht weiß es auch noch, aber... Das hab ich schon mal... Ja, ist egal. Hast du auch schon mal Pibi in die Wiese gemacht? Ne, ich nicht. Nein! Scheiße! Oh nein! Ich glaube, ich war sogar noch dran. Ich hab ne Vorlage bekommen. Lol! Ne, ich hab ein Distanz-Tor bekommen. Guck her. Ach, fuck! Ich wär fast da... Hä? Warum hab ich Vorlage bekommen? Das macht ja keinen Sinn. Vielleicht vorher, vorher. Weil das ja ein Distanz-Tor war. Ja, ja. Das ist ja klar, aber... Was machen die, Alter? Der fliegt schon bei... Ja, was machst du, ey? Ich dachte, du... Ja, guck! Ach, schade. Lol! Mach! Boah! Das schaust du eine Aufnahme an! Ja, ich schneid's auch ein! Ich dachte, der fährt drauf und ich wollte... Digga! Alter! Was machst du mit dem Auto? Was ist denn? Geil! Das lenkt irgendwie so kurvorscheißig. Das ist breit. Sicher. Das ist breit. Das ist breit. Das ist breit. Das ist breit. Hey, der macht ja eine Vorlage. Was ist denn das? Okay, ich check's auch nicht. Sag, ja, durch dieses eine Tor haben die ein gutes Gefühl. Und wir haben auch noch nicht so richtig aufgedreht. Was machst du denn? War das dein Hund? Nein, Spaß. Ui. Alter, ne? Dieses Auto. Oh mein Gott, war das Ding! Oh! Alter! Du standest nur vor dem Ball. Also halt mal die... Nein! Ich bin hochgesprungen! Ich bin hochgesprungen! Und deswegen habe ich ihn getroffen. Sonst hätte ich ihn nicht getroffen. Sonst wäre er über mich drüber. Ich bin stolz. Ja, hallo! Das musst du erstmal antizipieren! Was heißt das? Das weiß das nicht, ne? Antizipieren! 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 Okay, was machen wir hier? Weiß ich nicht. Ich spiele. Und du? Oh! Alter, lass uns mit hoffen! Ey, das ist so flach! Ungefähr so flach wie deine Witze! Leihwitze! Oh, la, ja! Mach! Was war das denn? Und er wäre den Ab... Hä? Das ist so... Hacker! Das ein Profi! Oh, tschüss! Alter, das war richtig gut! Ja, nur weil er mich gedartet hat. Lass! Ey Junge da! Weißt du, ich schnippel den so richtig an, ne? Da kommt einfach sowas! Das kann nicht sein, nein! Das ist doch ein Trauber! Ja, wir hätten aber so viele schon machen müssen! Genau, müssen! Komm, Achtung! Ja, ich hab ihn halt getroffen, aber nicht gut! Ich nicht! Alter, ich hätte ihn fast in unser Tor gemacht! Ich muss nochmal veröxieren machen! Dieses Auto! Ja, was machst du, Alter? Ja, das war halt echt kacke! Das war richtig traurig! Lass! Junge, ich hasse dich! Ich mein, diesmal hab ich spät gesagt, aber... Vorlage, Achtung! Junge, was war das für eine Vorlage? Oh, ey! Nee, ich wechsle wirklich das Auto! Ah, nee, wir haben ja schon zwei Leute! Jetzt ist aber rum! Noch eine! Alter, was macht er? Fickt euch! Fickt euch alle! Wie knapp war das denn? Hähn! Oh, oh! Oh, oh! Jetzt sind wir sogar so, oh, oh! Geh weg! Nein, nein, nein! Nein! Oh, ja! Wir haben echt keine Hobbies, ne? Mein Hund ist voll erschrocken! Wo ich gespielt hab! Ja, hab schon gehört! Lass euch doch sagen! Ja, weiß nicht so! Loll! Ach, Leute! Das ist echt ne Hunde für sich! Ich bin drüber, du auch! Irgendwie unten oder drunter, was auch immer, ist das Niveau! Gut, Leute! Wir haben zwei Runden aufgenommen und zwei gewonnen, also das ist schon mal wieder richtig geil! Ich würd sagen, das war ein super Part! Falls ihr einen nicht so krassen Part sehen wollt, wo wir scheiße sind, dann guckt die letzte Folge an! Ich würd sagen, haut rein! Bis dahin und ciao, ciao! Ciao! Bis zum nächsten Mal!